Hallo Leute, heute gibt es für euch im Test das Wespennest von Keller, gekauft bei Thomas Philips. Es ist eine 300 Schuss Heuler Batterie. Es ist eine Pfeifbatterie und wir gucken uns die mal an, ob die genauso gut ist wie die ganzen Pfeifbatterien von Veko, die es ja jeweils unter anderem Namen in den anderen Discounter gibt. Viel Spaß beim Test. Jetzt das Wespennest. Brennst du eklig noch nach? Brennst du eklig noch nach? Brennst du eklig noch nach? Brennst du eklig noch auf? Brennst du eklig noch nach? Brennst du im Busch Also die schießt die langsamer, aber dafür hast du da mehr Spaß. Auf Wiedersehen.